Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3 Multiplayer mit mir TeuvoLP Mit dabei ist dann wieder der MaviLP Hallo Und ich habe jetzt sogar noch TheShockLP dabei Hallo Jo, und ich join mal Und ich hab gesehen da oben steht ein Panzer Juhu, Panzer Panzer, ich begrüße Sie Ähm Er war schlecht Oh nein, ich wurde geautobrenzt Yeah Er ist bei mir Bist du jetzt wirklich bei mir? Wo stehst du denn? Ich bin Angreifer und ihr? Angreifer Du bist auch Angreifer? Nee, war so Verteidiger, scheiße Ich wollt schon sagen Ja Alex, komm schon mal Da war noch jemand, da war noch jemand Wart mal Ah, jetzt Der war grad irgendwie schwarz Jetzt, äh Wow, schon hab ich wieder von 10 Raketen getroffen Ich wollt, ich wär ein Nazi Nein Ich nicht Alex ist bei Jerome Äh, nee Ah, ich bin bei Jerome Schön Jo, komm mal mein Squad Ach, du bist schon immer im Squad Perfekt LOL Ja, Panzer Wo denn? Wo? Wo ist der Panzer? Ja da, hinter dir, hinter dir, hinter dir Ah LOL Ja Jo, ich hab ne Funkstation zerstört Wow, bin ich gut Äh, join mal bei mir und dann, äh, geh in die Schützenposition, also die zweite einfach, bis du automatisch dann Wenn mal bei mir joinen würdest Bin ich Gut Oh, wir haben's scharf gemacht Da ist einer, vorsicht, vor dir, vor dir, auf der Straße Jetzt links rein Wo, 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 ich seh nichts Da vorne, da vorne Äh Panzer vor uns Wo, wo, wo! LOLL!!! Keine Ahnung, einfach mal hinziehen. Und, yo, wir haben gewonnen! Schon? Ich war jetzt hier voll inaktiv und so. Oh du bist schon Level 2. Hast du eigentlich deinen Bot inzwischen mal ausgemacht? Was für'n Bot? Dein Bot. Hä? Bot? Dein Aim-Bot. Achso, ja, komm. Den mach ich jetzt mal für euch aus. Weil, ich mein, jeder weiß ja, dass du Hacker bist. Ähm, Mark, wieso bist du raus? Oh, fuck. Wieso hab ich auf Beenden gedrückt? Ey, ich will noch ne Runde machen, das ist jetzt so doof, wenn ich wieder beende, dass ich wieder die ganzen Backe, dass ich nicht mehr blabe. Ich doch auch, ich bleib ja drin. Es sind noch zwei Plätze, drei Plätze frei. Äh, bei den Feinden sind noch acht Plätze oder so, neun Plätze frei. Oh ja. Dann zwitschst mal rüber gleich, dann zwitschst mal gleich alle rüber. Äh, stimmt, da sind wir Angreifer. Können wir rüber wechseln? Äh, wenn da nicht steht, du kannst nicht so rüber wechseln, aber an sich sollte es. Nein, Caspian Border sind wir jetzt, aber immer noch Rush. Ich bin trotzdem lieber Angreifer, ja. Dann lass uns mal jetzt versuchen Teams zu wechseln. Weil wenn wir die Teams wechseln, dann können wir mit Mark zusammenspielen. Äh, was hast du gerade für Probleme? Ähm, einiges. Magen, Darm oder wie schaut's aus? Ne, Müdigkeit. Achso. Oh. Ich bin heute um acht Uhr umsonst aufgestehen, beziehungsweise nicht umsonst, aber. Äh, ich bin Angreifer. Wir sind beide Angreifer, perfekt. Wie, yo. Werner, man läuft. Äh, komm in meinen Hubschrauber, komm in meinen Hubschrauber. Bin drin. Ach du. Hä, du auch. Cool. Alter, wie können die mich schon treffen? Wie können die mich schon treffen? Voll der Penner. Boah, ich muss meinen Boden näher fliegen. Sorry. Alter. Springt raus, springt raus, jetzt. Und jetzt hier schön campen und warten. Ah, super. Ja klar, ein Sniper. Von wo denn? Von wo das denn bitte? Von überall. Aus welcher Distanz hat der denn bitte mich mit dem Sniper abgeknallt? Ähm, wer fliegt den Hubschrauber? Nein! Lol. Wow. Alte. Ich dachte grad ich sterbe. Lol, lebe ich noch? Nein, du bist tot. Was du sagst? Wer? Du, du solltest die Dings beschützen. Der ist leck bei mir voll krass. Äh, ich kann mich nicht bewegen mit meinem Jet. Ach doch, jetzt geht's wieder. Ja. Nice, dass es jetzt wieder geht, ne? Ja, und ich werde schon wieder abgeschossen. Kein Problem. Alter! Hauptstein. Ich steck ja echt in der Kleppe. Oh, da fliegt ein Gero. LOL! Alter, was war das? Das war ne Panzerfaust. Das war mehr als die Panzerfaust. LOL! Schon wieder ein Sniper! Mann! Ich geh mal zu Alex. Oh nein, ich bin im Jet. Hey, wenn du mich jetzt base-rapten, dann macht er nicht okay. Hä? Alter! Was geht ab? Wo denn? Achtung bei Alex. Panzerfaust. Ja, das sagst du mir jetzt. Ist mal witzig, ey. Naja. Egal. Ich try mal bei Herrn, Herr Jerome. Tu das. Bevor ich tot bin. Toll, ich spawn jetzt genau. LOL! Ach jetzt. LOL! Von was? Von hinten! Von hinten! LOL! Nein! Ey, schon wieder wurde ich abgeknallt. Leute! Ey, das ist so ein Freaky. Ach ein Premium-Spieler. Hm. Ich sorg dafür, dass du es schaffst. Von wem werde ich jetzt wieder abge... Hallo? Nein! 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 Alter! Hör mal! Uff! Ich bräuchte mal einen Medic. Alter! Wenn hier einer Medic ist. Ja, klar! Der Panzer trifft mich auch noch. Kein Problem. Ey, dieser Panzer. Ohne Scheiß. Nimm mal was mit... Ich nehm jetzt mal einen mit RPG, okay? Ja, oh ja. Nehmen wir mal... Ja, genau. Wir gehen jetzt alle drei mit RPGs rein. Komm. Hm. Ich bin grad schon. Ich glaub, du bist ein Panzer? Na, das ist auch gut. Ich bin bei dir. Ich glaub, ich hab gar keine EPG. Na klar. Ja. Äh, Pionier ist die Klasse. Komm mal hier rein. Ne, der Panzer ist voll Mist. Äh, ich jetzt Pionier? Ich pro Korde mal? LOL! Hast du das gesehen? Ja. Alter, der ist mit dem Jet voll Amok in den Hubschrauber geflogen. Pionier ist die Klasse. Lille. Ich glaub lille. Ja. Pionier, die zweite. Pionier? Und dann äh... Erste oder zweite Waffe? Dritte Waffe. Ach, Smart. Komm er denn da hoch? Ce, die, bei den Russen heißt RPG hier, ist halt SM-AW. Shouder Launch missile against vehicles oder irgendwie sowas. Ach so, ich bin im Panzer. Alter, wie krass ist das denn? Nach hinten läuft einer. Boah, kannst du mich reanimieren, ne, oder? Im letzten Tod. Zwei Panzer haben die da. Äh, wie viel Panzer haben wir? Müssen wir nicht auch zwei haben? Wo ist der? Ach, Hilfe bei Kill. Lol, 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 hä? Ach so, ich lieg da im Kras. Hey, wir fahren mit Fahrgelegenheit. Da kommst du jetzt aber zu spät, wenn du deine Mitfahrgelegenheit brauchst. Oh, ich bin drinnen in der Minigun. Gut. Jo, links. Zu spät. So, Vorsicht, ich flieg jetzt mal ne kleine Kurve. Hier unten, hier unten seht ihr die? Rechts der? Ich komm nicht mit meiner Minigun dran. Nicht? Nope. Egal. Vielleicht fliegst du auch wie so'n 30 Gehünderter. Doch, ich war doch. Will du mich verarschen? Wie würde das denn gemacht haben? So tief bin ich jetzt auch wieder nicht geflogen. Doch, du bist ja extrem tief geflogen. Nee. Oh doch. Boah. Das war schon ein bisschen krass. Ich war ja immer noch über diesen, über diesen komischen Pfeilern da. Panzer, 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 Panzer. Nein! Jetzt hat der denn Panzer. Genau, flieg mal ein bisschen so mal. Lol, was hab ich denn für ne Zeitmachter? Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Was ist das denn? Oh, er schießt auf uns. Warte mal. Ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Was hab ich denn hier gerade für ne Sekunde? Fuck! Lol! Wie macht er das? Wie? Ach genau! Ja, diese Frogfords können Bomben abwerfen. Rein theoretisch, wenn die das als Ding... Ja, aber wir saßen im Helidon. Was hat er gemacht? Ah, jetzt hab ich das nicht mehr. Eben sah das irgendwie voll anders aus, das Design. Komisch. Oh ja. Warte, nehm ich mit, nehm ich mit, bevor du einsteigst. So gut. Was fahrt ihr? Auto? Ja. Ich bin im... Hä, lol, man hat mich jetzt ausgestiegen! Ah! Ach, wartest du jetzt auf mich? Okay, jetzt. Vollgas. Panzer! Na komm! Na komm! Mist! Oh, Panzer ist da vorne. Nicht mal auf! Ja! Puh! Alter! Lol, muss ich nachladen oder was? Aussteigen! Aussteigen! Alter, von was? Von links? Hä? Von rechts? Hä? Von wo? Mist, ich brauch Munition. Hat einer von euch Muni? Mir ist ne Rakete genau ins Gesicht geflogen. Ja! Ich hab die auf mich zukommen sehen, wie die mir ins Gesicht geflogen ist. Boah, ich werd hier getroffen! Ich brauch Hilfe! Ich komm, ich meine! Ja, lol, wo kam der denn her? So tot. Kallico, Ralluxo, Kallico. Hört sich alles gleich an. Alter, alles irgendwelche Sniper hier! Boah, ist das krass! Äh, Alex, bist du Fahrer oder Beifahrer? Äh, Beifahrer. Naja, dann will ich nicht. Doch, da ist ein Panzer! Ey, ich hab jetzt auch ein Panzer! Komm mit meinem Panzer! Der ist besser. Ich versuch zu euch zu kommen, okay? Oh, Marc, bist du das da hinten? Ja. Dann doch nicht, sorry. Hab schon einen. Wisse? Alter, nee! Alter! Ich will keine Zeit verlieren! Ich hab nicht weit mit, weil ich hab nur den EO-Bot dabei. Okay. Ja, wo soll ich denn lang? Oh, aussteigen! Ich steig hier aus, danke. Vorsicht am Fenster, Sniper! Was? Ach komm, ich treff doch die ganze Zeit was, will er mich verarschen? Ja, komm! So viel HP können die gar nicht regenerieren, wie ich hier Sachen treffe. Alter! Wie wenig Schaden kriegt denn der, oder wie viel HP hat denn der? Ja. Ey, da stimmt doch irgendwas nicht. Ich mach jetzt mal die Außenkamera. Ja. Das ist Marvin! Ja. Der hat vorhin auch high gespielt. Ja, schieß auf ihn! Schieß auf ihn! Vielen Dank.